Ich sag jetzt mal in Anführungszeichen harmlose Erfahrungen, wenn auf einmal war ich beim Gangbang, Junge. Und das sind halt alles so Dinge, wo ich heute denke, so what the fuck, wie ist das? Wo drei Typen da waren und dann hast du mit denen nur Fernsehen geguckt, weil keiner was auf die Kette gekriegt hat. Dann ist nichts mehr. Das hast du gemerkt. Darfst du? Nein. Hallo zu unserer vierten Folge schon. Wir haben schon ganz so viele Folgen geschafft. Genau. Wow. Und ja, wir sind immer noch sehr, sehr dankbar für euer ganzes Feedback und wir sind überwältigt. Ja. Ja. Nehme ich dir ja voll und ganz. So, jetzt auch mal, wir haben uns Kritik zur Herzen genommen mit den kleinen Bildschirmen. Jetzt versuchen wir das mal so, ne? Aufzunehmen. Ja, dass wir halt nebeneinander sind. Also, wir haben es ja letztes Mal, dass immer dein Kopf und dein Kopf und jetzt sind wir zusammen. Hoffentlich klappt das. Genau, ne? Da war das irgendwie so eingestellt, wenn ich spreche, wurde ich größer gezogen oder umgekehrt. Ja, und das war irgendwie, äh, es wurde jetzt ehrlich gesagt, wenn ich dann wieder das angeschaut hätte, wären wir schwindelig heu geworden, aber, äh. Also, ich war es glaube nicht so schlecht, aber das war auch ein Kritikpunkt. Und wir nehmen uns ja, wie gesagt, das zu Herzen, was ihr für Kritik habt. Und, ähm, ja, von daher machen wir das hier. Äh, erst mal muss ich, sage ich vorab, bei uns ist nie was geskriptet. Also, wir wussten jetzt genau noch nicht vor einer Sekunde, worüber wir überhaupt reden. Aber ich würde schon sagen, das merkt man, oder? Ja, das, ich finde das besser, guck mal, wenn du jetzt so zum Beispiel so YouTube zum Beispiel anguckst von Leuten aus der Branche, das ist so gekünstelte Kacke. Äh, äh, weißt du, wo die dann so nebeneinander auf der Couch sitzen und jetzt erzähl mal oder so, weißt du, das, also da kommen wir doch cooler rüber, finde ich. Wir sind real, wir sind real, ja, genau so wie wir sind, stellen wir uns auch da hoch, du findest toll. Ja. Genau, wir wollten heute da so ein bisschen, ähm, mit mir anfangen, weil wir halt viel über dich geredet hatten, die letzten Folge, was ich auch ganz gerne mag, weil ich höre auch immer gerne den Geschichten zu. Aber da auch mal gesagt wurde, dass ich mehr von mir erzählen soll, machen wir das heute einfach mal so, dass du mir jetzt ein paar Fragen stellst, weil ich finde das immer total schwer, das aus dem Kalten zu machen. Ich brauche da immer so ein paar Fragen, um da reinzukommen in das Ganze. Ja, äh, was heißt, was soll ich dir für Fragen stellen, wenn man jetzt zum Beispiel die, die, äh, Leute, die Hunden treiben, so, bei dir ist das ja jetzt, äh, wir haben ja halt eine ganz andere Agenda, so, ne, wir sind halt, äh, zusammen gewesen. Ach, dann machen wir mal nächste Folge, also heute habe ich da keinen Nerv zu, wenn wir nebeneinander sitzen, machen wir mal, wie das mit uns so passiert ist, warum, wieso und wie wir zueinander gefunden sind und uns wieder getrennt haben und bla, bla, bla. Ja, genau, die ganze romantische Love-Story, weil das wollten wir halt wirklich machen, wenn wir zusammen sind, das ist also richtig zusammen, nicht so vorm Computer, sondern wir nebeneinander sitzen, romantisch auf dem Bett, dann erzählen wir unsere Kennenlernung, unsere Kennenlernung-Geschichte, das ist, oh, das ist so krass wie ein Newsfilm, nein, wirklich, aber. Nein, äh, jetzt hör auf, romantisch auf dem Bett, äh, naja, okay, äh, geht das schon wieder los. Also, äh, es geht ja zum Beispiel, war ich ja jetzt so, ich hab ja noch andere Zeiten gemacht, du hast ja halt nur so die Amateur-Seiten in und wieder Profi-Produktion gemacht und ich halt natürlich über Jahre halt nur Profi-Kram, wo es noch gar keine, äh, Internet-Sachen sogar, ne. Du hast ja bei 30 Jahren angefangen, 30 Jahre, da muss man überlegen, was da alles passiert ist, ne. Und da hast du zum Beispiel so, das interessiert vielleicht die Leute, wie man sich so durchsetzt, äh, weil man natürlich auch mit Konkurrenz, mit, äh, mit Feindschaften, man wird gemobbt oder, oder man mobbt andere und ärgert andere oder versucht die dann aus dem Spiel rauszuhauen, äh, da kann ich drüber reden. Dann, was wahrscheinlich auch viele interessiert, das Thema Doping, weil ja keiner irgendwas so glaubt, ne. Ich glaube, das wird auch interessant, äh, hinter den Kulissen, ne. Dann, äh, natürlich hatte jetzt auch schon einer gefragt, äh, ich hab ja so eine berühmt-berüchtigte Afrika-Tour gemacht, ne, also in Südafrika gedreht, also das ist, äh, abendfüllendes Programm, was ich da alles so erlebt hab. Dann, äh, was für mich wirklich auch mal Highlights waren, das waren die Produktionen in Rumänien, das war Pornografie Neuland, also die hatten dann, äh, wo der Kommunismus zu Ende ging und so, hatten die dann Pornografie, also, ich weiß nicht, der Produzent hat dann irgendeinem Minister Schiergeld gegeben, dass man da produzieren konnte. Und dann so die ganzen Erlebnisse, die Frauen, was man da mitgemacht hat, dann natürlich, äh, was ich auch im Herzen hab, wo ich hier überlache, ist über Künstlernamen, ne. Ja, das Thema hatten wir auch schon mal so. Dann ist es natürlich jetzt über Gangbang, ne. Na gut, das hatten wir ja letztens Erdrehen. Da können wir ja noch viel erzählen, aber erst mal was anderes. Genau, ne, und jetzt hier, ich lese gerade an einem Buch, an einem, ich weiß nicht, kann ich das in die Kamera behalten. Äh, der Typ heißt, äh, Pornfighter Long John, mein, mein Leben als erfolgreichster deutscher Pornodarsteller. Falls ihn jemand kennt als erfolgreichsten, das lese ich gerade, also, äh, das Schlimme ist, ich war bei vielen Szenen und bei vielen Sachen, die, dieser erfolgreichste aller Zeiten, äh, was hat der, 23,5 Zentimeter, ne, harte Arbeit. Also, hanebüchendes Buch, da mach ich mal so eine, wie heißt denn das, Reaction. Aber jetzt ist es los, Mobbing, wo wir gerade verabschieden. Genau, nein, ich sag, Ruhe, bei Feindschaften, äh, so, warte, bevor wir jetzt hier eine Frage stellen, äh, Leute, ihr müsst euch ja vorstellen, wenn du, das ist so wie bei der Bundeswehr oder was, oder, äh, dass du mit sechs Leuten auf einer Stube bist, und da musst du halt klarkommen, ne. Ja, und das hast du natürlich, äh, mit, mit Darstellern, die alle was können, oder behaupten, sie könnten was, und mit denen musst du dann halt, was weiß ich, 14 Tage in einem Hotelzimmer im Ausland verbringen, äh, da geht's um Geld, da geht's um Frauen und, und dieses ganze Chaos, ne. Also, das ist, äh, da muss man sich ja natürlich auch, äh, sagen wir mal, aus den eigenen Haaren, die ich gar nicht mehr hab, äh, aus dem Sumpf rausziehen und sich durchsetzen, das ist, äh, wirklich abenteuerlich. Das kriegt ja so einer nicht mit, weißt du, das ist ja immer Friede, Freude, Eierkuchen, und, aber ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich in dem Business ganz schlimm ist. Also, ich sitze noch hier, die anderen sind nicht mehr da, das sagt ja schon ein bisschen, ja genau, ne. So, aber, äh, da kann ich viel über berichten, über, über Feindschaften, Aversion, gegenseitig, und, äh. Dann wird, dann wird, frisch, oi, 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 dann jetzt. Gegenseitig, Eier legen, und so weiter. So, also, das nächste Mal, also, erst mal wir, und danach kommt hier. Okay, ein, oder, Review. Review. Weiß das nicht, Reaction? Ja, kannst du auch Reaction, Review, kann man mal sagen, so, ne. Also, jetzt bis zur Hälfte, da ist mir schon... Also, was ist jetzt schon mal deine kurze Meinung zu der Hälfte, was sagst du gut, oder, oder realistisch, oder, oder? Ich hab noch, ich wusste gar nicht, dass Deutschland solche Helden hat, wie diesen Typen, ne. Und, weißt du, das Schlimme ist ja, ich bin jetzt auch gerade bei einer Geschichte, aber ich will da nicht zu viel so sagen, das ist ja seine Autobiografie, also, der hat da wirklich hinten so meine, meine Rekorde. Es waren Szenen, ich kenn den halt, äh, weißt du, ich, äh, ich kenn den halt, und da guckt mir echt die Suppe hoch, wo der, wo der halt angefangen hat. Äh, ich war bei dieser Szene mit dabei. Also, das liest sich, ich denke, irgendwo anders gewesen, ne. Ich war ja dabei, und das liest sich hier drin, als wenn wir, äh, naja. Du bist grad so scharf auf Beef einfach, du bist auf Beef auf Beef. Das ist ja nicht, das ist ja, der Typ fällt ja nicht unter Feind, der fällt unter Pausenklauen. Weißt du, wie ich mein? Ne, so, aber da kann ich, ich mach's. Au, ich treffi. Au, ich verhabe. Ja, aber, äh, jetzt, wie gesagt, es tut mir leid, äh, ja, wie heißt er, Born Fighter Long John. Es tut mir leid, äh, aber, äh. Das wird sein Herz fressen. Na, nein, aber jetzt so, wir fangen einfach an, mein Leben als erfolgreichster deutscher Pornodarsteller. Jetzt fragen wir erstmal die Zuhörer, wer den überhaupt kennt als erfolgreichsten. Ich finde das, also, da muss ich kurz was zu sagen, ich finde das generell, ich kenne ja noch so ein paar andere Personen, die der Meinung sind, ne. Und ich finde generell, sich selber als erfolgreichster Pornodarsteller zu benennen, finde ich sehr unangenehm, ist meine Meinung. Das ist einfach so sehr narzisstisch und es stimmt in den meisten Fällen auch nicht. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, äh, in Amerika ein Rocco Sifredi das sagt, okay. Aber, weißt du, was ich meine, so, wenn man das hier in Deutschland sagt, ist das irgendwie unangenehm, weil das stimmt ja jetzt auch nicht wirklich. Also, ja. Äh, äh, jetzt, erstens darfst du so von sich selbst reden, äh, oder, oder Legenden oder was das Leute. Wer anders kann das machen, wer anders, wenn jemand anders einen als Legende bezeichnet, ist so geil, ne. Aber wenn man sich selber als Legende bezeichnet, ist doch peinlich, oder? Ich habe jetzt so meinen Dafürhalten, erfolgreich ist man jetzt in dem Business, finde ich, je mehr deine Videos auf Tube-Seiten landen oder geklaut werden, weißt du, dann hast du Erfolg. Wenn du jetzt nirgendwo auf solchen Seiten zu finden bist, wie dieser Mann da, ja, dann, dann bist du halt nicht erfolgreich, ne. Ja, 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 das stimmt schon. Wir reden jetzt einfach über Conny Dax, so als Beispiel, ne. Der hat sich in Deutschland, äh, durchgesetzt, den kennt jeder, äh, der macht sein Ding und, äh, macht gute Sachen, aber wenn jetzt, ja. Ja, der sagt auch nicht sowas, der sagt ja, also Conny Dax, du kennst ja bei Ernie Dax, so, ja, ich bin die größte Legende oder so, sondern der ist so, ähm, bodenständig, der ist bodenständig. Das macht ihn wieder sehr sympathisch und dadurch auch erfolgreicher, aber wenn jemand halt selber der Meinung ist, der Größe, der beste Update, auch was ich ganz, ganz unangenehm finde, ist, wenn Leute so über ihren eigenen Schwann reden und sagen, meiner ist der Beste, der Geilste, der Tollste. Wenn du einen schönen Schwanns hast, ist das ja schön und gut, aber man muss dann nicht die ganze Zeit drüber reden, weißt du, wie ich das meine. Ja, 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 äh, hast du mit dem mal gedreht? Also, ja, ich hab mit ihm gedreht, ähm, jetzt nicht wirklich viel, also ich muss auch ehrlich sagen, mein, also nicht Typ vom Äußeren, sondern so von der Art ist es auch nicht. Wir sind auch zwei Personen, die einfach nicht miteinander matchen, das haben wir damals auch gemerkt. Er ist jetzt kein großer Fan von mir, ich bin kein großer Fan von ihm. Ähm, wir sind einfach Personen, die harmonieren überhaupt nicht und wir hatten mal eine Szene zusammen und da hat man richtig gemerkt, dass die Chemie einfach nicht stimmte. Ich hab kein persönliches Problem mit ihm oder so, aber es ist jetzt eine Person, sag ich mal, mit der ich jetzt nicht unbedingt meine Zeit verbringen wollen würde. Ich hab ja, äh, ich hab ja auch kein Problem, ich hab das nur irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich an das Buch gekommen bin und jetzt hatte ich Langeweile. Ich dachte, tust du das mal an, äh, es gibt ja viele Bücher hier, was weiß ich, äh, von Chris Hilton, der Hamster hat Schluck auf, dann gibt's noch von, äh, John Palais. Begellst du sterben nicht? Begellst du sterben nicht? Also, ich hab jetzt von, äh, schau, ach, wir reden heute gar nicht über dich. Nein, ich hab jetzt... Ja, wie, so, jetzt geht's. Nein, alles gut. Nein. Nee, aber jetzt, äh, von, von Chris Hilton, das, äh, das Buch, das war angenehm zu lesen. Bei John Palais habe ich einen Fehler gemacht. Äh, da hab ich mir das Hörspiel mal so kurz reingehört und der hat, der, finde ich, also, ich weiß nicht, wie das Buch ist, ob das gut oder schlecht ist, ich kenn den John Palais ja auch und ich kann mir das auch schon ganz gut vorstellen, alles. Ich hab aber am Anfang gehört, der hat ein Hörbuch und der Sprecher ist Martin Semmelroger, ne? Und, äh, der hat ja so eine rotzige Stimme, so, äh, weißt du, so, äh, so richtig cool und, äh, und den kann ich halt mit dem John Palais nicht so unter einen Hut kriegen, weißt du? Weil das nicht so passt zu ihm, zu der Geschichte. Ja, also, ich, jetzt ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber ich denke mal, es wäre besser gewesen, wenn John Palais da selbst gelesen hätte, vorgelesen hätte, weißt du, so, weil wir, also, da ich, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie Außenstehende da sehen, aber der ist ja halt auch bekannt, deswegen, also, das weiß ich jetzt. Wir sagen ja nicht so zu der Geschichte einfach, auch die Stimme wahrscheinlich, ich hab's nicht gehört, ich kann's nicht beurteilen, aber. Wir kennen ja alle Martin Semmelroger seine Stimme und das passt halt nicht zu diesem John Palais. Genau, das meine ich, das meine ich, ja, ja, ja. Äh, 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 und wenn der die authentisch rübergebracht hätte, gut, drauf geschissen, äh, jetzt auf alles mit den Büchern und, ähm, jetzt bist du dran. Boah, jetzt bin ich aufgeregt, das war ja grad entspannter für mich. Nein, so, jetzt, pass auf, jetzt mal so gesehen, liebe Weggründer, äh, wann, oder wann hast du dir überlegt, ich mach Pornos? So fangen wir mal an. Ja, also, da war ich sie zehn Jahre alt und, ähm, ich war in der zwölften Klasse und wusste halt nicht so richtig, was soll ich danach machen. Also, irgendwie gefühlt jeder wusste so, ich mach die Ausbildung oder das Studium oder sonst was und ich wusste halt gar nichts und hatte auch nicht wirklich zu was Lust zu sagen, also, ich war auch sehr, sehr faul. Und dann bin ich halt so in den Tiefen des Internets gewesen und hab dann irgendwann ein Video von einem Camgirl gesehen. Ich hab keine Ahnung, wer dieses Camgirl war, auch kein Bekanntes oder so, aber die hat ein Video darüber gemacht, wie es denn ist, Camgirl zu werden. Und mein 17-jähriges Ich fand das total ansprechend und dachte, hey, sobald ich 18 werde, mach ich die Scheiße. Naja, und ich war auch, ich war damals auch unfassbar naiv und, und ich weiß nicht, ich war im Kopf einfach total blöd und jung und dachte dann so, komm, mein 18. Geburtstag war direkt und ich hab mich angemeldet, war im Camportal und dachte, jetzt werde ich das machen. Und wie gesagt, ich war ja in der zwölften Klasse und es ist natürlich logisch, dass das rauskommt, ne? Ich hab's ja auch nicht wirklich verheimlicht. Ich hab ja selbst auf meinem Instagram, hab ich ein halbes Nackt-Poto, also es war natürlich kein komplettes Nackt-Poto, aber schon sehr aufreizend gepostet. Und ich hab da auch gar kein Heal draus gemacht. Und natürlich hat das dann so seine Runden gemacht und ging dann auch wirklich bis zu den Näherern. Und ich war halt an diesem Punkt, dass ich das einerseits total unangenehm fand und andererseits fand ich es aber irgendwie auch gut. Und das war halt so ein, ja, so Hälfte, Hälfte. Irgendwie fand ich es interessant, dass jetzt alle über mich reden und andererseits war es mir auch unangenehm. Aber es war schon eine ganz schön krass Situation, wenn ich das so aus heutiger Sicht sehe, ne? Also, wie gesagt, zwölfte Klasse, ne? Irgendwie ein Krab. Wenn ich neue Frauen so habe, die in dem Alter sind, du kennst das ja bei mir, dann warne ich die auch immer. Ich sag so, wenn du das jetzt durchziehst, kannst du keine Bundeskanzlerin mehr werden. Oder Hans und Franz, weißt du, du weißt ja auch, wie gehässig die Menschen sind, wird dann gleich den Eltern das gesteckt. Ja, überall wird das dann rumgeschickt und guck mal, was sie macht und so. Und deswegen sage ich halt auch immer, weil ich ja selber so viel angefangen habe, wartet lieber noch. Ich finde, der Job ist kein schlechter Job, wenn du dir das wirklich gut überlegst und reif genug bist. Aber ich finde halt, mit 18 ist man halt an so einem Punkt im Leben, man ist gerade von, oder was heißt von zu Hause raus, ich habe noch zu Hause gewohnt. Aber zumindest ist man gerade in dieser, oh, ich bin jetzt drei und kann machen, was ich will. Und ich finde, man sollte erst eine Ausbildung oder ein Studium machen. Und wenn man dann immer noch der Meinung ist, so jahrelang, ich möchte das wirklich durchziehen, ich weiß, was ich sexuell möchte, habe privat viel ausprobiert und dann möchte ich das immer noch machen, dann kann man es machen. Aber nicht so wie ich, so, oh, ich habe ein Video gesehen, komm, ich mache das jetzt so. Und dann ziehe ich mich aus, mache freizügige Bilder und bin da wirklich, und ich bin ja von Null auf Hundert gegangen. Meine Erfahrungen vorher waren halt wirklich sehr, sehr wenig, ich hatte sehr wenig sexuelle Erfahrungen. Und auf einmal ging das ja Knallauffall, dass ich zum Gangbang gekommen bin. Und ich hatte vorher, also wirklich unfassbar, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, harmlose Erfahrungen. Und auf einmal war ich beim Gangbang, Junge. Und das sind halt alles so Dinge, wo ich heute denke, so, what the fuck, wie ist das einfach damals gelaufen? Das ging wirklich so schnell alles so, und das finde ich jetzt heute irgendwie krass. Die Beweggründe waren wegen deiner Zukunft, also war wahrscheinlich auch Geld, ne? Sicher, es war Geld und natürlich auch irgendwie Bestätigung. Weil ich hatte halt vorher auch so Probleme mit mir und meinem Körper und ist natürlich aus heutiger Sicht total bescheuert. Aber damals dachte ich so, hey, ich bekomme jetzt endlich mal so positive Kommentare. Boah, du hast einen schönen Körper, du siehst gut aus. Und das hat mich dann auch irgendwie immer mehr dazu motiviert, das zu machen. Ja, was ich heute nicht gut finde, das aus solchen Gründen zu tun, aber damals war das halt, hat sich das halt immer... Ja, das ist ja, du hast einen User und der sagt dir so nicht zu oder was und du sagst, oder der jammert den Himmel dich an und will mit dir drehen und bla bla bla. Und dann sagst du, nee, das passt mit uns nicht. Dann kann das natürlich gleich ins Gegenteil kommen und dann schreibt er Diätkommentare. Also nicht mehr nur die Bestätigung, sondern du alte Küchenschabe, was bildest du dir ein und so. Ja, auf jeden Fall. Natürlich kann das auch ganz schön sein. Das ist natürlich für ein junges Mädchen dann auch ein bisschen zum Runterreißen, ne? Ja, alles. Man muss halt überlegen, wenn man halt ein junges Mädchen ist, was halt noch nicht das Selbstbewusstsein hat, was ich heute habe. Und dann prasselt halt alles auf dich ein. Und du hast natürlich, wie gesagt, dann in der Klasse geht das rum, was du einerseits, oder was ich einerseits auch interessant fand, aber andererseits ist das halt so ein krasser Input, dann wurde natürlich gelästert. Dann kamen irgendwelche Gerüchte über mich hoch, dass ich mal, ich war Single zu der Zeit, dass ich meinen Freund betrüge, den ich ja noch nicht mal hatte. Oder keine Ahnung, anderen, die Freunde wegschnappe, sowas, alles, was ich überhaupt nicht getan habe. Und das ist dann schon ganz schön hart, wenn man überlegt, ne? Als so junger Mensch. Und jetzt mal eine andere Frage, weil ich ja jetzt ein Mann bin und dann, sagen wir mal, jetzt von den Klassenkameradentüten, die dich vorher mit dem Arsch nicht angeguckt haben, wo sie dann ein bisschen andere Bilder gesehen haben, waren die dann hochgradig interessiert, oder? Naja, ich muss auch sagen, dass wir mehr Mädchen in der Klasse waren damals, als Jungs. Und die paar Jungs, ich weiß es nicht, ich weiß halt nicht, was die, oder ob sie sich das angeguckt haben, was ich aber sagen kann. Also aus meiner Klasse damals nicht. Aber damals aus meiner Grundschule einer, mit dem ich damals befreundet war und sonst hatte ich mit dem überhaupt nichts. Und der kam auf einmal an und meinte so, boah, geil und dies und das und schickt mir so ein Schwanzbild. Der hatte einen riesigen Schwanz. Ich habe den noch als Kind gesehen. Ich habe den das letzte Mal gesehen, da war der so ein kleiner Typ und da schickt der mir einfach ein Schwanzfoto von so einem Schwanz. Und das kam dann schon. Oder auch aus meiner alten Klasse davor noch kam dann auch einer, der was mit mir haben wollte. Und ich war dann erst nur so, oh mein Gott, was ist los? Also irgendwie auch crazy. Aber aus meiner damaligen Klasse habe ich es so richtig mitbekommen, nein. Aber es waren wie gesagt wenig Jungs, so, ne? Ja. Ja, und dann ist ja natürlich, eigentlich können wir die Fragestunde eigentlich schon aufhören. So, reist! Weil wir das wollten, weil das nächste Mal berichten, dann kam ich ja auch irgendwann da in deinem Leben, ja? Ja, dann ging es bergab, nein. Genau, oder? Nee, nee, also dann, äh... Das ging ja auch relativ schnell. Also ja, das erzählen wir das nächste Mal, aber es ging ja dann auch... Naja, genau, das klären wir, das klären wir dann das nächste Mal. Ja, und jetzt sagen wir, das familiäre Umfeld interessiert ja auch Leute. Ja, also es war damit so, meine Eltern sind sehr, sehr tolerant, das muss man auch sagen. Und sie hätten sich das aber niemals vorstellen können, dass ich sowas mache. Weil ich war halt ein sehr, sehr schüchterner Mensch, der eigentlich selten rausgegangen ist. Oder ich war auch kein Partymensch oder sonst was. Ich war halt die meiste Zeit drinnen, war am Computer und sonst was. Und auf einmal sage ich, ich habe mir erst gesagt, ich mache Camp, was ja auch mein ursprünglicher Plan war. Und dann haben sie schon gesagt, okay, krass, aber Camp ist ja die eigene Sache. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich drehe Pornos. Und dann waren sie ja erst mal so, mussten sie erst mal durchatmen, was absolut verständlich ist. Und waren auch erst mal ziemlich geschockt. Und natürlich kann man sich vorstellen, absolut 0,0 begeistert, wer wäre das schon. Aber sie haben halt immer versucht, mich irgendwie zu unterstützen. In dem Sinne, das Wichtigste war ihnen, dass es mir gut geht. Und damals habe ich ja auch signalisiert, dass es mir gut ging. Natürlich war es in mancherlei Hinsicht auch nicht so, aber ich habe das ja so signalisiert. Und das war ihnen das Wichtigste. Und sie wollten auch immer, dass ich ihnen alles sage. Das Schlimmste wäre, wenn sie mich verurteilen, ich dann irgendwie weggehe, ich ihnen nichts mehr sage und dann in irgendwie falsche Kreise gerate. Das war ihnen halt unfassbar wichtig. Und deswegen waren sie halt immer an meiner Seite und meiner restlichen Familie auch. Also die haben das natürlich auch logischerweise irgendwann mitbekommen. Und dann war es halt erst mal so, okay, krass, krass, krass. Manche waren halt, also meine Cousine war da sehr interessiert dran. Andere, wie meine Tante, waren erst mal so, okay, gut, aber du machst das, ich akzeptiere dich. Also ich habe wirklich, muss man sagen, sehr viel Glück, das haben andere nicht. Also es gibt ja auch wirklich Leute, die wurden verstoßen, weil die das gemacht haben und so. Und das ist bei mir gar nicht so. Und mittlerweile ist das ja auch wirklich so, dass ich sagen muss, die kennen es nicht anders. Und ich bin ja wirklich, wie gesagt, von 0 auf 100 und jetzt bin ich ja wieder so bei 20 Prozent. Also mache ich auch nicht mehr so viel. Und so wie ich das jetzt gerade halte, finden sie es ganz okay. Also besser natürlich als das, wie ich das früher gemacht habe, logischerweise. Weil ich drehe ja auch nicht mehr mit anderen Leuten oder reise durch die Gegend und mache da sonst was. Ich bin ja meistens zu Hause. Und so wie ich das jetzt mache, können sie das gut akzeptieren, ja. Muss man ja alles mal nachfragen, ne? Boah, das interessiert ja die Leute halt, ne? Ja, genau. Ja, das ist natürlich auch ein Unterschied, ob eine Frau das macht, na, oder eben ein Typ wie ich. Bei mir klopfen sie auf die Schultern und sagen cool und so und bei einer Frau sagen sie ein Schlampe, oder? Das finde ich halt auch, diese Doppelwaffe finde ich so schlimm. Ja, es ist halt so. Ja, es ist halt so. Natürlich ist es so, aber es ist trotzdem scheiße, das machst du das gut nach. Die Sache ist auch so, wenn du jetzt eine erfolgreiche Darstellerin hast oder die in dem Business ist und die zeigt dann ihr Gehalt, was natürlich wesentlich mehr ist wie das vom eigenen Vater, hält der dann auch schon die Klappe und, weißt du? Ja, 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 ja. Das ist halt nur so, was ich so mitkriege, wenn ich mit jungen Frauen habe, die dann gerade mit anfangen oder so oder mit dem spreche, die Eltern dann meist immer so bedenken, das waren dann so Abrutschdrogen, Zuwälterei und diese Geschichte halt alles weiter. Das Business hat ja auch negativen Touch so. Und du kannst, also du kannst auch abrutschen, ja? Du kannst halt wirklich innerhalb einer guten Schiene bleiben, aber du kannst natürlich auch Fehler machen und dann rutschst du ab. Das ist keine Frage. Also es gibt in die Richtung, die positive und die negative Richtung. Ja, man muss da wirklich doll auf sich aufpassen, dass man eben nicht abrutscht. Und ich habe ja auch so ein paar Sachen dann erlebt, wo ich dann wirklich beinahe noch mehr falsch abgewogen bin, aber zum Glück bin ich dann so irgendwann wieder dahin gekommen, so, ne? Aber wie gesagt, man kann halt wirklich schnell in die eine Richtung gehen und dann wird es halt immer beschissener. Und da muss man dann aufpassen. Und das ist ja wieder das, wo ich sage, gerade wenn man sehr, sehr jung, sehr, sehr naiv ist und sich in dem ganzen Game nicht auskennt, rutscht man natürlich leichter ab, als wenn man reifer ist und einfach weiß, wer man ist und was man will. So, weißt du? Das ist halt das Ding. Und deswegen, äh, es hängt natürlich auch mit den Leuten, mit denen man sich umgibt. So, weißt du? Also jetzt so, oder die, die einen beraten oder mit denen man zusammenarbeitet oder so, ne? Das sowieso. Guck mal, jetzt zum Beispiel ist ja jetzt ja diese Cyber-Zuhälterei von Agenturen ohne Fans, ne? Komm, wir helfen dir, du kriegst Follower 50-50. Das ist nichts anderes, ne? Du kannst halt alles. Oder was auch eine krass Sache ist, was ja oft auch in dem Business ist, also eine, eine Frau mit ihrem Partner und der Partner ist dann quasi wie der Zuhälter. Der macht halt alles so, ne? Aber ist halt trotzdem, dass er die Frau manchmal, also es gibt ja wirklich da auch Gute, ne? Wo das alles so funktioniert. Aber es gibt ja auch wirklich welche und das kennen wir auch, die ihre Frau dann so ein bisschen wie verscherbeln. Ja. Oder, oder eben, äh, die Frau hält im wahrsten Sinne des Wortes ein Arsch hin und er schleppt das Geld an in das Spiel alle, weißt du? Genau, das meine ich damit, genau, das meine ich damit, ja. Aber, aber, das ist jetzt, äh, nicht so schlimm, aber die kennen wir ja auch so, diese... Das ist nicht so schlimm, das willst du nicht sagen. Nein, das ist, das ist, das ist wohl schlimm, aber jetzt so, was ich hier richtig ätzend finde, so diese Dungspätzer. Weißt du, die Ehemänner, die dann, äh, ihre Frau gibt sich Mühe, macht dies und jenes, ne? Er würde ja eigentlich mitdrehen, wenn er einen hochkriegen würde. So, aber dann macht er jetzt auf Kameramann, erzählt dann anderen Kameraleuten, was er so alles drauf hat und auf der Pfanne hat. Wenn man daneben sitzt, das ist also, da kann man mit den Ohren nur schlackern und im Endeffekt ruht er sich nur auf den Arsch seiner Frau aus, ne? Richtig, und da kennen wir auch einige, wo es halt... Ja, da gibt es halt viele. Es gibt natürlich auch, sagen wir mal, viele Bärchen, die dann, wo das richtig gut harmoniert, ne? Meine ich ja, es gibt halt wirklich welche, die sich halt ergänzen quasi und wo das auch alles rechtens und gut ist, aber dann gibt es halt die, wo man sich dann schon so denkt, man erlebt das dann miss und denkt, okay, das ist so, okay, das ist so, blöde Dynamik einfach. Nicht ja dann auch mit welchen, die dann sagen, nee, wenn wir jetzt beide, äh, wir haben uns, sagen wir mal, in der Fabrik kennengelernt, lieben gelernt, geheiratet und dann Swinger und dann haben wir uns, ja, da haben wir halt die Kamera entdeckt. Und dann passt das auch. Dann sagen die, ja, wenn wir jetzt beide noch in der Fabrik arbeiten würden, würden wir das und das Geld haben und jetzt haben wir das und das. Aber da sind halt auch, äh, die es gnadenlos durchziehen und die das wissen. Und die sind auch erfolgreich, dann, ja, die das wirklich... Und natürlich haben die auch, äh, man muss da bei der ganzen Geschichte, äh, auch bedenken, so Männer, jetzt so, guck mal, ich bin ein altes Rack so gesehen, ne? Vom Alter her oder die, von der Optik, aber Frauen, da ist halt schön, ich mach's trotzdem noch, ne? Oder ich kann's noch, aber bei Frauen ist halt Schönheit vergänglich, ne? Bei mir nicht. Bei mir nicht. Ich werd' 80 die Hotels und jetzt das nicht möglich machen. Aber du weißt, wie ich meine, wenn wir, wenn sie es jetzt nicht machen, brauchen sie es dann mit 45 anfangen, ne? Also, wenn wir nicht, aber Möw sind nicht gut, ich mach Möw. Ja, ne, ich hab ja auch viele in meinem Freundeskreis so, auch mit Privat. Die Frau Kate Cox grüße ich hier mal, wenn sie das sehen solltet, ne? Äh, hier komm ich ja super klar und, äh... Ja, du bist halt der Möw-Typ, also ich bin zum Beispiel der Meinung, ja, ich weiß nicht, wie du das jetzt, dass ich eine sehr schöne Möw fährde, dass ich eine schönerer Möw fährde, als er zum Möw-Gedicht, guck mal, isst du das? Ja, ne, ich würde auch keinen Namen nennen, es gibt auch viele, so als Teenie, oder, also, weißt du, wie ich meine, so 18-Jährige, die als Teenie noch rüberkommen. Du bist ja Teenie 18, 19, 18. Ja, ja, so. Wirklich, äh, äh, bildhübsch und dann sagst du, oh, Alter, alle Achtung und so, aber wenn die dann Milf wären, wären die so blass und farblos. Es gibt so aber auch Milfs, die haben was, weißt du, so, die, äh, brauchen wir jetzt keine Namen, äh, nennen, aber die zieht das knalllos durch, die sehen aus, äh, die kommen auch rüber und diese Teenies schaffen das halt nicht, im Alter, äh, so gut auszusehen oder so gut auszusehen. Außer, weil ich habe heute Teenie angefangen und ich, ich werde so... Wir warten ja ab. Ja, wir warten ab, genau. Wir warten ab. Wir warten ab, wie ich mich entwickle. Wie sieht das gestaltet? So sieht's aus, so sieht's aus. Sehr gut. So, was waren wir denn noch? Das ist eine gute Frage. Wir wollten, wie gesagt, wir hatten überhaupt keinen, keinen Plan oder irgendwas, die muss man gar nicht... Ja, das heißt ja auch, das ist ja... Nee, ach so, genau. Bei dem letzten über den Gangbang hatte einer geschrieben, äh, Gangbangs sind ja nicht verboten. Das muss ich dann, also so, äh, juristische Fragen bin ich natürlich auch nicht so planlos, aber in diesen Sachen weiß ich halt, Gangbangs sind nicht verboten, aber bezahlt Gangbangs, die von anderen veranstaltet werden. Und das hängt auch mit Bundesland zu Bundesland. Also in dem Moment, wo du Eintritt zahlst, ist das... Ja, das ist ein Prostitutionsschutzgesetz. Das wäre es ja, wenn du einzigst zahlst, ist das Prostitutionsschutz. Also, ich hatte da jetzt auch, könnt ihr mal googeln, in Aachen oder so, so ein Typ, der hat auch Amateurfilme gedreht, mit seiner Frau, ich will den Namen nicht nennen, das kann man ja alles googeln, und die wurden dann richtig hops genommen und der hat dann gegen geklagt, aber hat das auch verloren, das Gericht da in Aachen, ich weiß nicht, welches Gericht, hat dann halt gesagt, solange Eintritt verlangt wird, äh, geht das halt nicht, ne? Genau, und dann hängt das auch mit Bundesland zu Bundesland zusammen, jetzt zum Beispiel eine Prostituierte, wenn die ein, äh, weiß nicht, wie nennen sie das, Herrenüberschussarm macht, ist das okay, aber wenn sie das bewirbt, aber nicht, wenn das ein Haus, so wie Flatrate und solche... Genau, weil diese Flatrate gab es ja früher auch, Flatrate-Mordelle und so, was ich da persönlich, muss ich ja selber sagen, ein ganz unangenehmes Modell finde, weil ich meine, wenn man sich das mal so vorstellt, ist das auch ganz komisch, und wenn das halt so in die Richtung geht, dann ist es verboten, aber man muss halt immer, deswegen sage ich ja, so Lücken finden, um das machen zu können, die gibt es immer, ja. Und deswegen versucht man das ja per Filmproduktion oder so, aber eigentlich können wir da jetzt auch drüber reden, dass früher, ich weiß nicht, wie es jetzt noch da aussieht, weil ich ja jetzt nicht mehr zum Casting gehen muss, da waren dann halt so, äh, große Filmproduktionen, haben dann Castings gemacht, wo die Typen sich durchsetzen konnten oder zeigen konnten. Das gibt es noch gar nicht mehr, oder? Ja, weil früher wurden ja Männer wie Santa Bär gesucht, ne? Also mehr wie Frauen, man hat ja nie welche gefunden, und deswegen haben die das gemacht. Aber jetzt, wenn so Casting gibt, das ist ein zweisteiliges Schwert, wenn jetzt einer ist, ihr müsst immer nachfragen, die verlangen Casting-Gebühr. Dann denke ich, wenn die doch einen Darsteller suchen, warum soll ich ihn dafür bezahlen? Ich habe mich mit einigen da unterhalten. Das hängt aber auch mit zusammen mit der Stelle vor. Da kommt eine Darstellerin, der Produzent bezahlt die ja. Die testet diesen Mann, und der ist gut und kann was und so, ne? Und dann sagt er, wenn er zu Hause ist, ah, eigentlich will ich es doch nicht machen, meine Oma könnte mich sehen, ne? Dann hat der Typ sich auf doof durchgefickt. Weißt du, so, ja, und der Produzent muss die Darstellerin bezahlen, auf nepp, weißt du, hat da nichts. Und deswegen ist diese Casting-Gebühr eigentlich berechtigt. Hat sich die Chirurgen letztendlich. Ja, genau, ne? Also es darf natürlich nicht ins Koma gehen, hier vom Preis her. Und vor allen Dingen sollte man nachfragen, was habt ihr bisher gemacht? Welche Filme habt ihr rausgebracht? Mit wem arbeitet ihr zusammen? Zeig mal her und so, weißt du, damit man auch weiß, das hat Hand und Fuß. Wenn nicht, könnte ich ja jetzt auch hier Frau XY sagen, ja, ich bin der hier, der Kowalski, und ich bringe dich groß raus, na, jetzt leg mal 120 Euro hier hin und dann kommen zehn Typen, dann teile ich mit der Frau, dann ist das auch ein Schnapp, ne? Ja, wobei es ja heute aber eigentlich auch schon durch diese ganze Amateurbranche kommen ja auch die meisten Typen ganz anders. Nicht groß raus, aber sie kommen anders raus, weil die ja mit ihren Freundinnen beispielsweise drehen und dadurch, das war ja damals noch nicht so, da hattest du ja diesen Amateurmarkt noch nicht. Und da war es natürlich so, dass du diese Castings brauchst, das brauchst du ja heute gar nicht mehr. Ja, jetzt, ich weiß, jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr war jetzt noch im Sauerland so ein großes Ding mit einer bekannten Darstellerin und ihren Freundinnen, die haben so viel Geld gelassen. Jetzt weiß ich nicht, ob die groß rauskommen werden oder ob das was taugt. Ich weiß es ja, ich habe es halt nur im Internet gesehen. Genau, da komme ich jetzt drauf zu sprechen und zwar, diese Gangbanks sind wirklich, also es gibt diese Herrenüberschuss-Abende bei einer Prostituierten in ihrem Apartment oder so, die sind ja dann, also kann man von ausgehen, meistens mit Kondom, aber halt so Filmgangbanks sind größtenteils ohne. Das wiederum, A.O. darf man ja gar nicht im Netz bewerben, so gesehen, weißt du, nach Prostitutionsgesetz. Ja, das ist ja mit Gummi, ist ja nur mit Gummi und dann ist das schon wieder schwierig, oder, Daniel? Ja, nein, A.O. darf gar nicht irgendwo erwähnt werden, egal ob bei uns oder irgendwas. Ja, ja, okay, okay. Und deswegen können sie eigentlich schon die Bude stürmen, wenn man da Werbung für macht, hier kommt alles A.O. Gangbanken oder, na, und solche Sachen. Ja, es ist schwierig, ist alles schwierig so, ne, aber viele schaffen es ja trotzdem. Genau. Ja, nein, wir kennen ja auch da die Kandidaten, es ist, können wir uns auch, das ist drüber und da, noch über Gangbanks hier. Das ist, ey, lass dich schwören, es ist einfach dein Thema, es ist einfach dein Thema. Nein! Machst du mal zurück. Das ist, pass auf, da hat er auch unter dem Letzten, wo das Thema dran war, geschrieben, man sollte mal hier über Firma 666, also sprich GGG. Ne, ach, das ist ja, du meinst meine Meinung zu dieser Führung. Ja, genau, ne, aber ich... Da kann ich nur Negatives nehmen, das denke ich, hätte ich niemanden. Ich habe, äh, ja, äh, was heißt Negatives? Für mich so als Profi war das eigentlich halbwegs okay. Ich habe allerdings nur, äh, die Münchner Zeit, äh, gedreht, also wo der in München noch war, jetzt in Berlin. Ich habe, äh, das wird man in den ganzen Podcasts noch mitkriegen, ich habe gegen Berlin so eine Aversion ausversichtlich. Ich liebe Berlin, aber ich habe eine Aversion gegen diese Firma, aber Berlin liebe es nie. Ja, und ich habe, ich habe, wie gesagt, da gegen Berlin und seitdem der in Berlin dreht, das hängt aber auch mit zusammen, er war auch in mir nicht mehr so einverstanden, wir hatten also der John Thompson, der hat an zwei Sachen bei mir rumgemäkelt, dass ich zu fett wurde, womit er nicht ganz Unrecht hatte, also das wollte er in seinen Filmen nicht haben und, ähm, ich habe auch noch für zwei andere Münchner Firmen, äh, da unten gedreht und dann, äh, fand er das nicht lustig, dass er mir das Fahrgeld zahlt und Hotel und aufmalt und ich habe das eigentlich benutzt, um noch bei anderen Produktionen zu drehen. Das hat er dann irgendwann mitgekriegt. Also bei einem Hass gegenüber dieser Person, das kann ich sogar noch nachvollziehen. Nee, er hatte ganz nichts, aber, äh, weißt du, das Problem ist jetzt, man ist ja so als Darsteller wie ein Söldner, äh, man verkauft sich ja, ne, und wer zahlt, da geht man in und wenn, wenn er jetzt gesagt hätte, ich möchte nicht, dass du zu Firma XY auch hingehst, die machen dasselbe wie ich, so als Beispiel, ne, dann sage ich so, dann nehme ich exklusiv, dann gehe ich nirgendwo anders mehr hin, ne. Ja, ja, ja. Das war halt, nee, also, so, ich bin gut mit ihnen zurechtgekommen, andere nicht. Dann ist Mist. Ich habe auch viele, äh, jetzt ehrlich gesagt, viele, äh, das waren alles so ein Menschenschlacht da unten in München, die Leute, ja, die Männer. Und da habe ich viele so als Freunde gewonnen, habe über Jahre, kenne ich heute noch viele und das waren gute Jungs. Und mit Berlin bin ich halt nicht so warm, so drücke ich es mal aus. Aber ich stelle mir eigentlich, also jetzt grundsätzlich, Berlin ist doch eigentlich cooler als München, oder? Jetzt so vom, da, na, also finde ich so an sich den Menschenschlag, wie gesagt, lassen wir jetzt mal die Produktion weg, wie gesagt, meine Meinung ist da sowieso sehr negativ, aber grundsätzlich der Menschenschlag stelle ich mir irgendwie cooler in Berlin vor, der offener als jetzt in München, nicht? Also ich denke eigentlich, die sind offener. Also ich bin, weißt du, so als, als pragmatisch, äh, pragmatischer Mensch, wenn du beim Dreh sitzt in Berlin, ne, da kann ich mich noch über alles möglich auslassen, aber ich sitze jetzt nur beim Dreh, da kommt irgendein Kaputter rein, mit einem Zopf und mit so einer Jute-Tasche umgehängt, ne? Dann sage ich, ja, ehrlich, ne, und dann sage ich, Alter, was geht und so, ne? Und er, oh, hör auf, ich habe da ein Projekt am Laufen, weißt du, wie die Berliner so sind. Ich rede aber, ich kann auch so reden mit meinem Wackenbarn. Und dann treffe ich den, dann treffe ich den ein Jahr später und ich sage, und ich sage, weißt du, und so wichtig der Typ, ne, so oberwichtig, so nerdmäßig und so, ne, wo ich hier, wo mir die Galle hochkommt, und dann sage ich, ein Jahr später, ich sage, no, was macht das Projekt, oh, ich habe ein neues am Laufen, weißt du, der kassiert seit ein Jahr hat es hier und erzählt so einen gequälten Scheiß, ne? Das kotzt mich halt. Aber ich bin auch ein bisschen, bisschen sympathisch. Nee, das hat... Also jetzt nicht, dass der immer die Projekte, aber so die Sprache und so, das ist doch schön. Nein, weißt du, wenn du dich jetzt in Berlin abends in eine Kneipe setzt, das ist zwar passend so, weißt du, da sind ja, da komme ich auch gut klar, aber so dieser oberwichtige Menschenschlaff, die nichts, weißt du, das ist, ich kann mich da drüber nicht... So, jetzt hast du erst mal alle Berliner. Ach, übrigens hier, die Pappnase ist auch Berliner. Nee, Potsdamer, glaube ich. Potsdamer, Potsdamer. Also zumindest modern Potsdamer. Ja, also alle Berliner, hast du dich jetzt auf jedem Zeitpunkt gesichert? Nee, ja. Also de-abonnieren. Nee, ich meine das aus dem Business, so aus dem Business. Und der, dieser, dieser... Es hat natürlich auch Vorteile, so Berlin, ne, aber... Wie gesagt, ich mag Berlin total gerne, ich finde es cool. Ich gehe da auch mit einer schlechten Ausgangslaune schon dahin. Ja, ich glaube, das ist dein Problem, du bist da auch sehr so starr und siehst da nur das Negative, du siehst nur das Negative. Und wenn ich da hinkomme, ich bin da offener, offener für die ganze Situation. Nee, das ist so... Ich weiß nicht, guck mal, hier ist so wie ein Ruhrpottler, da sagst du, was weiß ich, ich gehe am Kiosk oder so, weißt du, da sagt der, ey, Kowalski, du Arsch, dann sage ich selber, da trinkt man Bier oder so, weißt du, so... Das ist so kurz, knackig und prägnant. Da weiß man, mit wem man klarkommt oder nicht. Aber die sind so komisch, weißt du, so... Das ist das, was nicht so mein Ding ist, ne. Da würde ich wiederum sagen, dass die Münchner, weil die stelle ich mir so ein bisschen versnobter vor. Also ich habe jetzt nicht so viele, viele... Ja, die sind natürlich anders. ...Schugspunkte zu München, aber da stelle ich mir das eher so ein bisschen versnobter vor. Und ich mag halt, ich liebe ja Ruhrpott, weißt du ja, ich war immer super gerne bei dir, ich liebe Ruhrpott, ich liebe Benni, alles, was so ein bisschen weltoffener ist, ist halt so mein Ding. Klar, München ist auch... Aber irgendwie, weißt du, was ich meine? Irgendwie... Ja, ja. Du hast so... Ich rede jetzt von den Leuten, die da bei Thompson waren und so, weißt du, die Darsteller, da waren Leute, die hatten richtig Geld, die haben gesagt, ich will hier keine Gage, wie soll ich das meinem Steuerberater erklären oder so, weißt du, wo kommt das Geld auf einmal her und so was, ne. Und das waren wohlgesittete, korrekte Leute. Du hast natürlich so einen Unterschied, wenn du jetzt, sag mal, wir beide, oder ich sag so andere, du gehst in München ins Swingerclub mit deiner Frau oder was, ne, da gucken die ganzen anderen Weiber, ja, guck mal, wo hat sie das denn gekauft, hier bei Orion und so, weißt du, so Billigfugel, also so Münchner halt, weißt du so. Ne, das wäre schon gar nicht gemeint. Da hast du, ja, und da hast du halt so einen Unterschied, wenn du hier in Bochum ins Swingerclub gehst, weißt du, dann sagst du hier, VfL hat gestern Scheiße gespielt oder so, dann sagt dir der Professor nebenan, oh, super, lass uns zusammen alle auf die Spielwiese gehen. Weißt du, die sind anders. Ja, die sind nicht cooler. Ne, da interessiert nicht, was die für einen Fummel anhat, weißt du. Ja, ja, das ist mehrmals. So, ach so, hier, mache ich noch Werbung, kann das in die Kamera, hier, Kowalski hat Tassen. Ganz viel hat den, liebe Kowalski, ganz ganz viele Version, coole Sachen, ja, die werde ich bald auch, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, dann kriege ich auch ganz viel von meinem coolen Version an, wenn werbe ich sie. Gibt es T-Shirts und so, ne? Ja, genau, die ziehen wir, wenn wir dann hier kuschelig, romantisch im Bett liegen und über uns orientieren. Dein T-Shirt, du liebst ja Milfs. I love Hot Mars, ja, zurzeit habe ich wieder so eine Milf-Faser, so dass ich Milfs-Teufel nahm. Deswegen, ich ziehe dieses T-Shirt an, passend zu meinen Vorlieben, ist es nicht schön. Ich mag die auch, aber ich drehe lieber mit jüngeren Videos. Weil du schon perverser heißt es, warum? Da stimmen wir halt zu. Da stimmen wir halt zu, genau, yay. Na, verkauft sich auch besser. Nee, das verkauft sich halt wirklich, weil das ist ja genau dieser ein bisschen räudige Gegensatz, das meine ich jetzt nicht negativ, weil es nicht das meine, oder? Ja. Oder so ein bisschen dieser, das... Nee, du musst ja, wir kennen uns ja, du musst das auch nicht, ich kann mich wohl selbst einschätzen, aber dieses morbide, wenn ich jetzt mit so einem jungen Weib rumknutsche oder was, das verkauft sich doch, weißt du? Ja, das war so richtig so, äh. Ja, das verkauft sich. Du weißt, meine Beleidigungen sind nicht mehr voll gemeint. Ja, nee. Und jetzt ehrlich gesagt, es hat auch mal Erhebungen gegeben, dass zum Beispiel Oma-Filme in dem Business meistens von jungen, gutaussehenden Männern geguckt werden. Wegen Gegensatz. Also... Das ist halt der Gegensatz. Und ich denke mal, wenn ich jetzt, wenn, wollen wir jetzt mal ehrlich sein, wenn ich jetzt mit einer gleich alten Frau drehe, das würde doch keine Sau sehen, zwei so alte Retner. Also gebe ich dir komplett recht. Also ich muss ja sagen, dass ich auch diese Gegensätze gut finde, aber egal jetzt in welcher Konstellation, ob jetzt ältere Frau, junger Typ, älterer Mann, junge Frau, ältere Frau, junge Frau und so weiter oder älterer Typ, junger Mann. Also ich finde halt jeder... Schwarz und weiß. Ja, das ist jetzt nicht so mein Fetisch oder so, aber diese Alterskonstellation, egal welche Richtung, also zurzeit finde ich halt gerade so diese ältere Frau, junge Frau, ganz, ganz ansprechend. Aber wie gesagt, ich mag eigentlich jede Konstellation davon. Das ist halt immer schon so mein Ding gewesen. Deswegen habe ich vielleicht sowas auch damals gedreht. Wie gesagt, jetzt, wenn ich dann im Müll werde, dann wird es sich umkehren. Als Teenie habe ich mit Älteren gedreht, wenn ich vielleicht, wenn ich vielleicht irgendwann doch nochmal drehen sollte als ältere Frau, dann kehrt sich das dann wieder um. Aber ich mag halt auch diese Konstellation, weißt du? Ach, genau. Und da kommen wir jetzt. Die Frage beantworte ich sogar für dich. Da wurdest du gefragt, warum du immer nur mit doppelt so alten Männern drehst und nicht mit Jungen. So, Leute, und jetzt sage ich euch das knallhart in die Kamera, es gibt keine Jungen, die drehen wollen. Wenig. Nee, sag mir, ne, pass auf, oder der junge Mann, der diese Frage gestellt hat, schreib mal zwei, drei so, mit denen sie drehen könnte, in dem Alter. So, irgendwie, der halbwegs was kann. Sag mir irgendeinen Namen, sie, vielleicht finden die beiden Kurterdäufchen zueinander. Nee, sag's mir einfach. Das ist nämlich das Problem. Ja, das stimmt allerdings. Also klar gibt es dann auch welche, die jetzt, sag ich mal, so in vielleicht 40 oder so sind, was dann ja auch schon älter ist, aber trotzdem noch. Aber so jetzt wirklich so ganz jung in ihren 20ern, äh, kenne ich jetzt so grad auch nicht. So vergebend. Also einmal gedreht haben, so einmalige Sachen, aber jetzt keine, die länger da sind, kenne ich jetzt keinen. Oder, ich sag's mal anders, das ist jetzt wieder richtig gelässig. Kannst du dich noch an diesen Dreh erinnern? Wo drei Typen da waren und dann hast du mit denen nur Fernsehen geguckt, weil keiner was auf die Kette gekriegt hat. Nein, das ist auch nicht wahr. Das war so ein Nerven. Und deswegen gibt's so Leute wie mich oder andere, und die sind halt alle ein bisschen älter, weil was jung ist, kommt nicht nach. Das ist halt das Problem. Da hast du recht, mein Mutter, da hast du recht. So, heute haben wir aber gnadenlos lang. Leute, ich weiß auch nicht wie lange, das wird jetzt sehr, heute haben wir ein bisschen übertrieben. Gut, dann hören wir jetzt mal auf, bevor wir uns... Hatte ich nur noch die Tasse. Hier. Nochmal Werbung, Werbung, Kauf, Kauf, Kauf. Genau, nochmal schön trinken, nochmal wie schön man aus der Tasse trinken kann, wie toll man dabei aussieht, wunderbar. Jetzt wird der Shop leer gekauft und genau, wir sehen uns das nächste Mal, sind wir auch endlich, wie gesagt, wieder live zusammen und dann wird's wieder mal drauf. Genau, dann passt das und dann unterhalten wir uns über uns beide, warum, wieso, wieso. Schlucki-Hasen, ja, genau, so sieht's aus. Auf dem Bett. Auf dem Bett. Aber ganz kurz nur, der Podcast, ne? Ne, der wird schön lang, der wird ausgedehnt, der Alp. Ich war schon alt. Ich habe mein Alter, so lange kann ich da nicht mehr machen, nein. Klar. So, jetzt haben wir auf und... Beim Schauen. Genau. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.